Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN-Unterhaltung. Mehrfach vergewaltigt, Selma Blair spricht über dunkle Zeit. Selma Blair, 49, spricht über eine der schlimmsten Zeiten ihres Lebens. Die US-amerikanische Schauspielerin sprach stets offen über ihr Privatleben. Vor einigen Jahren gab sie bekannt, an Multiple Sklerose erkrankt zu sein. Seitdem gibt sie ihren Fans regelmäßig Updates zu ihrer Gesundheit. Auch aus ihrer Vergangenheit macht die natürlich-blond-Darstellerin kein Geheimnis. Selma erlebte nämlich einen schrecklichen Albtraum, sie wurde vergewaltigt. In ihrem Buch Meme Baby gewährt die Hollywood-Berühmtheit Einblicke in ihre Kindheit, Jugend auch ihr Studium. Im Interview mit People sprach Selma über die Erlebnisse, die sie darin verarbeitet. Bereits mit sieben Jahren kam die TV-Darstellerin das erste Mal mit Alkohol in Verbindung. Auf einem College-Ausflug nutzten zwei Studenten ihre Alkoholsucht aus und taten ihr Schlimmes an. Ich weiß nicht, ob sie mich beide vergewaltigt haben, ich machte mich klein und still und wartete darauf, dass es vorbei war, offenbarte Selma. In dieser Nacht vergingen sich die beiden Studenten angeblich nicht nur einmal an ihr. Hey guys, this is Gansha. Subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.